So, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von meinem lieblingskleinen Hobbyprojekt, dann ein Death Diary zu DataCube zu Version 0.3.9. Der erste wirklich vielversprechende Bild, den habe ich aufgespielt, denn ich habe ein paar Sachen geändert, die im Hintergrund ein bisschen die Performance ein bisschen verbessert und dementsprechend auch noch ein paar andere Sachen, die Code-Strukturierung mir ein bisschen angeschaut, ein paar Sachen, die nicht wirklich im Spiel direkt zu sehen sind, sondern ein paar Performance-Sachen halt einfach. Und ich habe, natürlich war ich nicht ganz untätig, ich habe ein bisschen am Level rumgeschaut und habe jetzt tatsächlich die letzte Phase der Erinnerungsscherben eingeläutet. Das heißt, die letzten beiden Erinnerungsscherben, die man immer als Levels bekommen kann, habe ich platziert. Ein Ausschnitt aus diesem Level, den ich gemacht habe, von dem ich, ja, mal gucken, von dem ich mir eigentlich sehr, sehr viel erhoffe, möchte ich euch jetzt in diesem kleinen Infovideo bzw. Death Diary zeigen. So, ich habe mich mal für diese Stelle entschieden, weil das ganz gut zeigt, was ich noch alles zu machen habe. Da unten, den ganzen Bereich, der komplett unten ist, das ist noch nicht alles fertig. Hier oben fehlt auch noch einiges. Das hier ist schon in Ewigkeiten fertig. Das ist ein kleines Labyrinth, in dem sich die Laserschanken immer wieder verschieben, wo man sich dementsprechend zum Ziel dahinten manövrieren muss. Ein kleiner Schwanke hat man dann noch, dann hat nämlich in der Mitte diese Barriere bzw. diese Laserschanke, die immer von unten nach oben rotiert, was heißt rotiert, sich bewegt und es dementsprechend schwerer macht für den Spieler. Was haben wir noch? Wir sehen schon rechts der Kompass, der aufleuchtet, denn wenn man ganz genau in die Dunkelheit hineinschaut, da sieht man es ganz kurz, wenn die Laser vorbeigehen, dann sieht man, da ist eine Erinnerungsscherbe, die man so jetzt auf Anhieb nicht erkennen würde, weil sie nicht beleuchtet ist. Das hat alles seinen Grund. Wir sehen auch, wir haben noch keinen dynamischen Schatten drin, auch das wird eventuell später kommen, wo das hier alles eine sehr fantasievolle Welt ist von dem Data Cube. Ich habe es ja noch nicht so großartig beschrieben, aber die Welt, in der wir uns hier befinden, ist eigentlich der Kopf oder im Kopf eines jungen Menschen. Besser gesagt in einer Frau, die etwas erlebt hat, was schlimm für sie ist. Ja, wie das halt mal so vorkommt im Leben. Und der Data Cube ist quasi eigentlich nur eine Maschine, die im Kopf dieses Menschen ist und versucht, die Erinnerungen zu filtern in gute und schlechte Erinnerungen. Und als Data Cube, den man hier spielt, hat das auch einen bestimmten Beweggrund, warum wir Erinnerungsscherben sammeln. Denn mit diesen Erinnerungsscherben können wir auslösen, was für Erinnerungen sich unser Hauptcharakter oder unsere Hauptcharakterin erinnern soll. An gute oder schlechte, vielleicht beides. Ist es sinnvoll, dass man nur die schlechten Erinnerungen behält? Ist es sinnvoll, nur die guten Erinnerungen zu behalten? So was hält. Und wir haben die Aufgabe, mit den Erinnerungsscherben eben ein Tor zu einer Erinnerung zu öffnen und zu entscheiden, ob Kate diese behalten soll oder nicht. Darum geht's. Und da der Data Cube an und für sich nur ein winzig kleiner Computer ist, der im Kopf dieser jungen Frau sich befindet, habe ich tatsächlich sehr, sehr freie Auswahl, was das Level Design anbietet. Denn wie würde sich ein Computer das menschliche Gehirn zusammenbasteln? Das heißt, wie würde ein Computersystem das menschliche Gehirn visualisieren von seinem eigenen Stundpunkt aus? Denn ein Computer oder generell Computersysteme arbeiten ja eigentlich nur mit Zahlen, mit Code. Mehr ist das ja nicht. Das heißt, ich habe freie Auswahl. Man muss nicht unbedingt erklären, warum schweben denn die Plattformen in der Luft? Denn vielleicht hat der Computer einen besseren Weg gefunden, oder die Maschine visuell darzustellen, wie es im Kopf eines Menschen aussieht. Das klingt halt sehr mysteriös, ein bisschen philosophisch vielleicht auch. Aber da könnt ihr vielleicht mal drüber nachdenken, um was sich dieses Spiel drehen könnte. Ja, es geht um KI. Ja, es geht auch um Erinnerungen. Ich habe mich viel damit beschäftigt. Was ist das Schlimmste, was mir als Mensch selber passieren könnte? Und ich bin immer wieder zum Schluss gekommen, dass das Schlimmste, was mir passieren könnte, meine Erinnerungen zu verlieren. Und zwar alle. Was würdet ihr machen, wenn ihr von einem Tag auf den nächsten eure Erinnerungen an eure Familie, an eure Freunde, an eure Freundin, vielleicht an besondere Momente, vielleicht als ihr geheiratet habt, euer erster Kuss, wenn ihr das alles verlieren würdet. Wärt ihr denn noch Ehe? Würde sich etwas... Natürlich würde sich schlagartig was ändern, aber... Was genau würde sich denn ändern? Würdet ihr schlimme Erinnerungen, wie zum Beispiel einen Autounfall oder den Tod eines Freundes oder den Tod eines Familienmitglieds missen wollen? Ist eine komische Frage. Natürlich würde man das nicht missen wollen. Aber würde euch das verändern, wenn ihr diese Erfahrung auf einmal nicht mehr hättet? Das sind alles Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und darum geht es in diesem Spiel, um euch mal einen kleinen Einblick zu verschaffen. Aber darum geht es nicht in dieser Folge. Denn in dieser Folge möchte ich ein bisschen zeigen, woran ich gerade arbeite. Ihr habt eben gerade schon gesehen, wo ich langgegangen bin. Das ist alles noch sehr, sehr roh. Auch das ist sehr, sehr roh. Denn, wie man sehen kann, die Kamerakollision ist noch nicht vorhanden. Ich kann mich also hier durch die Säulen glitschen. Aber das ist ein Bereich, an dem ich gerade arbeite. Jetzt ist die Kamera ganz verschwunden. Und da ist er wieder. Einen etwas größeren Raum mit, ja, einen gewissen, gewissen Möglichkeiten. Hier hinten wird auf jeden Fall noch was geschehen. In dem Raum, der wird nicht einfach so nur sein. Die Kamerakollisionsabfrage wird natürlich auch noch besser werden. Und dann geht es hier in zwei große Röhren, wo wir uns entscheiden können, die war als positive Erinnerung oder negative Erinnerungsscherbe. Was das genau ist, habe ich euch in der letzten Folge und in den anderen Videos schon genauer erklärt. Und wir springen jetzt einfach mal hier hinein. Denn ich habe mir gedacht, wie kann ich mein Spiel noch ein bisschen mehr Pep von einem ein bisschen interessanter machen, indem ich Dinge einbaue, die man vielleicht so gar nicht kommen sehen hat. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch nie Automata gespielt hat. Denn das ist ein Spiel, was gut veranschaulichen kann, was passiert, wenn man die Gameplay-Mechaniken immer von einer Stunde zur nächsten Stunde ändert. Und so ähnlich möchte ich das auch antarmen. Ich möchte ein Spiel überraschen. Und das ist so eine ähnliche Methode. Wir sehen hier, dass ich, das sieht sehr nach Jump-and-Run-Passage aus. So wird das auch sein. Und ich sehe da auch gerade, dass da ein mächtig großer Bug ist, den ich noch beheben muss. Denn die Laser sind ganz schön zu groß geraten. Aber das kann mal passieren. Wie gesagt, das ist die erste Rohfassung. Wir werden da jetzt einfach mal reingehen. Denn ich bin jemand, der gerne auf alte Spiele steht und auch auf Jump-and-Runs. Und wir gehen jetzt hier einfach mal hinein und schauen mal, was passiert. Das Spiel ändert sich. Der Look ändert sich. Ihr seht schon, was passiert ist. Wir haben jetzt eine Pixel-Optik. Wir sind also im Jahr 1980 zurück. Und das ist eigentlich das, was ich hier machen möchte. Innerhalb dieses Levels immer kleine Level reinzubauen, die man so hat vielleicht nicht erwarten können. Diese Pixel-Optik und diese Pixel-Level-Jump-and-Runs gehören auf jeden Fall dazu. Wir können hier nichts machen. Wir können uns umdrehen und ändern damit die Kameraperspektive. Das heißt, wir können jeweils nach links und nach rechts gehen, um die Kameraperspektive zu ändern. Wir können aber auch sagen, hey, das ist mir zu viel. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach raus. Das geht auch jederzeit. Das heißt, jederzeit können wir hier wieder rausgehen. Wir können aber auch jederzeit wieder reingehen. Und uns diese kleine Level, diesen kleinen Level-Abschnitt zur Kommune zu führen. Wir können hier nichts machen, denn wenn wir mal da hochgehen auf die Plattform, auch hier ist noch nichts designt. Dann sehen wir, dass im Grunde nichts passiert. Ich drücke hier, ich kann hier machen, was ich will, ich kann nicht springen, weil hier auch keine Sprungplattform ist. Ich kann mich nur nach links und nach rechts jeweils umschauen. Auch hier gibt es noch einen kleinen Bug, denn da stimmt die Perspektive jeweils nicht. Da muss ich schauen, dass ich da die Distanz zwischen den einzelnen Kameraperspektiven noch ändere. Es passiert nichts. So, wir sind da oben, da gibt es halt ein paar Coins einzusammeln, jeweils blaue und rote. Die roten Coins geben euch Lebensenergie und die blauen geben euch Datenenergie, wie wir unten schon sehen. Wir haben 6%. Und was machen wir? Wir gehen jetzt hier und holen uns dieses Power-Up. Denn anders als im normalen Spiel, in Anführungsstrichen, das ist so ein kleines ausgelagertes Level, können wir hier nämlich dieses Power-Up einsammeln und dann können wir folgendes machen. Wir können springen. Aber, wenn ihr mal aufpasst, ganz links auf den Datenenergieanzeigen, dann sehen wir, dass man mit jedem Sprung, den wir machen, 1% Datenenergie verliert. Wie können wir das beheben? Entweder haben wir genug Datenenergie oder wir sammeln eben hier dementsprechend die Coins ein, die uns halt ein bisschen mehr Energie verschaffen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier mal hin und dann sammeln wir die ein und können dementsprechend unsere Energie auffüllen. Das ist noch ein bisschen verpackt. Wenn wir übrigens von den Schüssen getroffen wären, dann gibt es auch sofort Energieabzug. Da kommt mal wieder mal ein Schuss. Da wird es auch hin und wieder von anderen Positionen einen Schuss ergeben. Auch bei den Lasern dürfte eigentlich, wenn wir kollidieren mit denen, ich weiß nicht, ob ich das schon gefixt habe, können wir es da mal reinstellen, was dann passiert. Und genau, ihr habt schon gesehen, da war das Feedback da, dass wir Energie verlieren. Wieder mal ein Coin mit und schon können wir wieder durchstarten. So, jetzt bin ich runtergefallen, kein Problem, gehen wieder zurück. Also mit sowas muss man rechnen. Ausgefallene Level aus seiner alten Zeit, Pixelgrafik wird ab und zu mal vorkommen, immer in diesem Spiel. Wir haben jetzt schon relativ viele Minuspunkte. Ich habe noch nicht eingestellt, dass man tatsächlich verlieren kann. Und jetzt stelle ich mich ein bisschen dämlich gerade mit dem Sprung an. Muss man tatsächlich ein bisschen schauen, dass ich da... Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Schwung. Wir gucken mal. Okay, das ist natürlich so unangenehm. Wahrscheinlich habe ich dann da sogar vergessen. Oder nicht genügend getestet, sagen wir mal so. Das ist tatsächlich das zweite Mal, dass ich das Level spiele. So. Schauen wir mal, was jetzt hinbekommen. Das darf natürlich eigentlich nicht sein. Normalerweise muss ich das auf jeden Fall hinbekommen. Äh, okay. Ja, ich würde sagen, das ist eine wundervolle Demonstration, äh, wie man am besten, ähm, Bugsfeuer beseitigen sollte, bevor man was zeigt. Aber, na gut, das ist jetzt auch erstmal egal, denn im Grunde wollte ich ja nur zeigen, äh, was, äh, was ich, äh, an Level-mäßig, Level-Design-mäßig noch so alles, äh, rauszaubern möchte. Also, ihr seht schon, die Idee ist ja nicht korrekt, ähm, es ist nicht viel zu lang, sie glitschen durch den Boden, das darf natürlich nicht sein. Auch wenn man ja guckt, der Schuss, der fliegt durch die Wand, das ist alles noch, das sind alles noch kleine Bugs, die behoben werden müssen. Wir können auch nicht sterben, das liegt daran, dass ich, äh, dass ich mich unendlich, äh, ähm, Minuspunkte bekommen kann, in Anführungsstrichen, sondern ich kann, äh, einfach nicht sterben, weil ich denn, weil ich ein Gott bin, Gott-Modus anhabe. Mal gucken, ähm, die Kollisionsabfrage funktioniert auch noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ich glaube, wir müssen damit vollen Karacher durch. Gucken wir mal. Ich glaube, das könnte funktionieren. Rauf und... Okay. Etwas unangenehm, muss ich, äh, muss ich gerade gestehen. Dann muss ich da nochmal ran und vielleicht die, äh, Hühlenunterschiede ein bisschen verändern. Aber gut, sowas kommt auch vor. Es sind eben, äh, immer wieder Bugs vorzufinden. Gar keine Frage. Auf jeden Fall wird euch am Ende dieses Abschnitts, wenn ihr ihn denn meistert, dort oben auf jeden Fall, äh, die Erinnerungsscherbe begegnen. Wir haben jetzt schon, äh, wir werden jetzt eigentlich schon lange tot. Auf beiden Seiten Minuspunkte. Gar keine Frage, dass uns das nicht am Leben hält. Aber vielleicht schon bis jetzt doch noch irgendwie rüber zu kommen. Mal gucken. Warte mir den Schuss ab. Und... Nein. Okay. Da muss ich auf jeden Fall nochmal ran. Ähm, und ich glaube, dass ich da ein bisschen weiter nach oben bauen muss. Das Level ein bisschen verschieben muss. Na gut. Ähm, soviel dazu. Mehr kann ich euch an dieser Stelle noch nicht zeigen. Es gibt auf dem, auf der anderen Seite wird das eh nicht gehabt, äh, gehandhabt sein, dass ich euch da eine andere, äh, Fähigkeit zur Verfügung stelle. Ich kann das schon mal sagen. Es ist um, äh, bei der, ich weiß gar nicht, das ist, das ist, glaube ich, hier der Bereich für die positive Erinnerungsscherbe. Auf der anderen Seite, den wir hätten wählen können, geht es um Zeitanomalien. Das heißt, um Zeit anhalten. Im richtigen, äh, richtigen Moment die Zeit anhalten, um dann eben dementsprechend Hindernisse zu überwinden. Hier geht es eher darum, dass wir unseren Sprung einteilen, dass wir nicht zu häufig springen, dass wir nicht zu selten springen. Ähm, die Coins geben vielleicht noch ein bisschen wenig Energie, ein bisschen wenig Datenenergie. Da muss ich mal noch schauen, dass ich das ändere. Und, ähm, ihr merkt schon, so eine Entwicklung ist manchmal ein bisschen, ähm, ja, schwierig. Weil nicht alles läuft immer perfekt. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich beim ersten Mal testen eigentlich keine Probleme gehabt, aber jetzt treten halt dann Probleme auf, die man vorher nicht hatte. So ist das eben. Da habe ich wahrscheinlich irgendwas im Code verändert, was dann halt auch die Kollisionsabfrage verändert hat. Deswegen stoße ich wahrscheinlich da immer dagegen oder die Sprunghöhe. Da muss ich mal gucken, was das genau ist. Gut, das war's von mir. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, woran ich gerade arbeite und werke. Das heißt, ein bisschen was anderes. Der letzte Abschnitt, ähm, und, ähm, ja, ich denke, beim nächsten Mal werde ich euch dann tatsächlich die letzten beiden Sachen noch zeigen. Hoffe ich, dass ich da im März fertig werde. Und dann habe ich das erste Kapitel vom Data Cube zumindest fertig. Das heißt, danach geht's ans Polishing, ich werde die Performance versuchen zu verbessern, ich werde die Musikuntermalung einbinden, ich werde ihr Sounddesign machen, ich werde die Texturen, ähm, dementsprechend auflösen, und, 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 und ich werde natürlich anfangen, den Hauptcharakter zu machen, die gute Kate. Ähm, aber dazu, glaube ich, beim nächsten Mal. Lasst euch überraschen, wie weit ich komme, und was es dann beim nächsten Mal zu sehen gibt. Ich bin dankbar fürs Zusehen, ähm, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.